was in diesem video geschehen wird jo leute was geht ab in diesem video geht es um eine 30 plus bomb die wir meinen letzten streams mit zwei zuschauer spielten ich würde sagen auf jeden fall eine sehr sehr solide runde auf jeden fall ich bin noch nicht zu lang auf keyboard deswegen erwartet euch jetzt nicht so ein krasses gameplay wenn ihr auch mal mit mir zocken wollte schaut gerne auf twitter bei ich streame da fast daily meistens am wochen und in der frühs und sonst immer nachmittags da zocken auch mal mit zuschauen arena wenn ihr mich supporten wollt tragt gerne mein supporter köhler gut viele bei der wei an der leyen im shop ein lasst gerne viel auf youtube ein abo da lassen like da ich würde sagen viel spaß im video let's go ich habe den westen gott und ich habe ihn bekommen ich versuche einen zu lasern ah der feilt glaube ich feilt jungs lass es kommt ich habe zwar keine fehler aber ok sie sind da unten kommt da kommt da ey hier genau an mir ist ihm 20 volt 60 volt und ich habe erst mal eingehört auf einmal der zweite auch noch da das war komplett mies gott zum sandwich noch einer noch einer jungs entbiet ihn kommt einfach einfach ohne die ok es sind zwei oder einer es ist einer oh der arme der arme jungs aber das wir auch noch kurz zeigen crack dead hab ihn nice alles leer ich bin fast gut ist alles leer ja entbarmt gar nichts ah genau äh double 46 ah können wir gejoked ja crack 18 white 18 white ich bin dead 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 einer nice finish ja finischen die mails kommt die mails kommt die mails kommt pass auf du schau dir was alles von uns kommt ja ähm hab die mpmon oder so was ich hab neun mit 70 ich kann dir alles geben hier oh die kommen wieder die haben dich hoch abonniert ach Gott das war nurE die mails mit dann das war die mails mit das war ja ja das war hirve geschützt das war ihr habt Die Hände sind eng gebostet gefühlt, ne? Jetzt noch einer. Das ist der letzte. Kommt sie, kommt sie, ich hab was. Ja, warte. Mach, mach. Warte, warte Floh. Ja, wüsste ich. Cracked, cracked. Ah, lass drüber. Dahinter. Da im Haus kommt. Nice one. Oh, nice. Kontrollzeichen waren besser. Ja, Bruder, glaub mir euch. Digga, wir haben elf Kills. Ich kann auch nichts jetzt so richtig. Digga, ich will hier nicht sterben. Ich sterb so oft hier dran. Ich muss hier kurz mal farben, okay? Hier, Gegner, Gegner. Wo? 18. Minus 35. Oh mein Gott. Boah, du hast ihn so wunderbar. Der hat so, Bruder, der hat reingeschaut, ich sag's dir. Ey, Check, kannst du noch einmal klippen kurz? Also, der ist da so, Bruder, der ist da so im laufenden Bump so reingepallert, ne? Oh, die shit. Da hinten sind die. Da hinten, hinten. Ja. Der verpisst sich. 24. Cracked. Nice, let's go. 6 Chili Splash. Ja, Junge, mit Jam, das kann sich ausgehen, ne? Ja. Was? 60 Punkte? Ja. Da passt rein, let's go. Boah, ich hätte die sogar auch mitnehmen können, ich bin lost. Ah, egal. Wo hast du denn? Punkt, okay, Jam oder Witz? Äh, ich war Jam, bin wieder abgestiegen, jetzt noch 40 Punkte fehlen mir. Dann machen wir es so, machen wir 40 Minuten safe und dann spielst du keine Arena mehr, okay? Bis zum Cup halt. Weil nicht, dass du unterdrucks und gar nichts sagen kannst. Hey, ich spiel den nicht. Echt? Wahrscheinlich. Ja, dort oben. Ah, einer verpisst sich. Bruder, muss los, er hat so kassiert, er hat so Bombe kassiert, er hat den größten Layers, das er ins Leben kassiert. Ich auch. No way. Oh, mein Gott, der letzte Schuss, Junge, im Busch irgendwo rein, ne? Ich sag's dir. Ich hab'n Vicky noch, warte. Ich hab'n Vicky noch, warte. Ahne, Jungs. Ahne, Jungs. Jungs, ahne, irgendwo. Ich verliebe ihn doch auf der Fahne. Da, da, da ist der Fisch, okay, da ist der Fisch, alles gut, da finde ich noch da. Oh, mein Gott, ich darf sie grad sehen. Hier ist ein Wape, hier ist ein Wape. Oh, der war lieblich. Ah, Gott. Let's go. Oh, kein Blau. Ich hab' Gottloot jetzt. Lass' nach, lass'n Handen kommt. Jungs, das ist wieder winnen. Hinter uns waren auch neue Chefs. Die kommen uns sogar nach. Nice. Ich muss grad wieder 180 machen. Hinter uns, hinter uns noch mal. Naja, alles fein, Jungs, alles fein. Haben wir easy. Die fight'n da. Die Box ist sogar. 15 Kills, die sind schon. Minus. Ey, lass'n komm'n ne Bumpsen einfach so mit Ding, komm'n. Own'n ist beiden. 30 Byte. Der ist wo ne Spiel. Hat's okay Bock mehr. Jungs, wenn der noch Bock hat, ne? Wenn der noch Bock hat aufs Game heute. Der gibt's der Rest den ganzen Loot, yo. Wo ist'n anderen wo? Da hinten sind... Der ist, hat sich verpisst. Hä? Was war das denn? Tja, alles. Ey, Reboot, wer in einer. Oh, what? Lass'n ihn beleben, lass'n ihn beleben, lass'n ihn beleben. Ja, ja. Mehr killst dann, du weißt. Guck mal, wie die sich verpisst. 20er Headshot. Warte, lass'n ihn rebooten. Lass'n ihn rebooten. Lass'n ihn rebooten. Ey, lass'n ihn dann zu dritt lasen, okay? Ja. Ey, ist hier so'n Wichser? Oh, ne. Soft, ey. Ja, lass'n ihn jetzt. Ja, alles gut, alles gut. Jetzt pushen, Alter. ja jetzt verpisst er sich nötiger ach komm hier ist noch gar nicht ja pass auf den nice go ey jungs da ist papa fällt kommt ja rief einfach ok aber wenn du vor allem die menschen sagt ja es ist alles leer man ist so dumm man ist so so jungs jetzt hat er alle kurz 88 ja wir klatschen alles wir haben 23 jungs habt wir ein ding ist normales flash ja ich wurde das lebensmüde ja was das da ist komm her mach 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 ich hiel dich hiel dich hiel dich ja jetzt verbisst er sich oder was lass mal kramer geben ah fuck ja 39 dead machst du ja nice alles heim bei dir am ding ey hier lass äh junge ich bin one heaped ja moin für wo hat der splash oder irgendwas ich hab mini ich hab zwei biggies ah ich bin mit dem biggie neben äh ja lass mal an des e-zone um das ist ein bisschen also ich weiß nicht ob ich hiel hatte und hier ist ein heelerautomat 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 oh nassenspray ist ja 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 der hat der hier warte komm ja les ich gebe dir nassenspray ich sag doch der hat der hier dinge und Ich hab überredet, nein, das ist jetzt einfach nicht klar. Leih holen Jungs, easy. 30er Bomben. Ich wusste. Alles für die 30er Bomben. Erst 3 Kills, das schaffen wir nicht. Hier, schau, hier, split rein, split rein. Von allen Seiten. Scrapt. Schlau spielt dabei, der ist nicht viel. Gerne, ohne jetzt zu gehen. Gerne, ohne jetzt zu gehen. Da ist einer. 1 HP, 1 HP. Oh mein Gott, da ist einer. Haben wir den Typen hier? Hinter uns. Ja, hier ist es. Alter, der Jumper ist weg. Jungs macht safe. Wir sammeln 30 Kills gleich, ne? Streck. 1 HP, 1 HP Jungs, an mir an mir, komm her. 1 HP. Ah, Stelle KC, da, du Opfer. Digga. Ich Junge, Junge. Max Damage only. Digga, wie vieles haben wir? 31 Kills, komm her. 31 Jungs, komm her. Letzte. Letzte Jungs. Warte, 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 ich kann nicht kurz klippen, warte, ganz kurz. Wie viele Kills haben wir 32? Cranken? Oh, Philipp kann Cranken auf Keyboard, no way. Ja, guck jetzt, guck jetzt, was geht's, was geht's? Leute, ich höre, was, was machen wir bitte, die armen Gegner, hä? Oh, schade, ich hab' ich. 33 Kills, Mashallah Jungs. 33 Kills, aber. Let's go, let's go. Jo, Leute, da bin ich nochmals. Nochmals cooles, dass ihr das Video angeschaut habt. Auf jeden Fall, Leute, ich hab' das Video selber gecuttet, deswegen seid bitte nicht zu streng bei der Bewertung. Ist, wie gesagt, das erste Mal, dass ich ein Video cutte. Auf jeden Fall, Leute, schreibt mal geile Formate oder irgendwas, was ihr in Zukunft hier sehen wollt. Gerne in den Kommentaren rein. Wäre ganz nice, weil ich hab' echt Bock, jetzt auf YouTube durchzuziehen. Und ich hoffe, mit eurem Support können wir es auch schaffen. Und ja, Leute, wie gesagt, nochmals gerne liken, würde mich sehr viel bedeuten. Und ja, noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao. Outro